Guten Abend, ich freue mich, dass ihr gekommen seid, zu Erwartetes und Unerwartetes. Das findet jetzt zum zweiten Mal statt, aber wegen des Wetters werden wahrscheinlich nicht so viele Leute kommen, aber die, die da sind, werden was zeigen, was wir können. Die Band, das ist der Nils Kalles an der Gitarre, Stefan Dinges. Stefan Dinges hat ein Werkzeug und jetzt spielen wir an was. Wir haben vorher in der Anstaltung zusammengetrummelt und die haben es bereit erklärt, vier zu spielen. Und die unterstützen mich jetzt auch beim ersten Lied, also ich spreche einen Text und sie spielen dazu Musik und das heißt der Boxer. Ich bin der Boxer. Ich versuche im gesetzten, fairen Rahmen, mein Gegner ins Gesicht zu schlagen. Und die Sonne gibt es möglich, wenn ich das Fake ist, mir etwas entgegenzusetzen. Manchmal muss ich die dabei direkt auf den Boden der Realität bringen. Weil gezielte Schwinger nicht ausreichen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.